Ist das herrlich, dieser Ausblick! Also, ich bin geschafft. Wir zittern richtig die Knie. Du, vielleicht hätten wir doch die Seilbahn nehmen sollen. Ja, Aufzüge und dergleichen sind was für Schwache. Ja, ich bin jedenfalls ziemlich fertig. Alles eine Sache des Willens. Eines starken Willens. Sieh dort, die fantastischen Wolken. Ich muss jetzt erstmal was essen, ich muss mich stärken. Ich hab noch irgendwo einen Schokoriegel. Wo ist denn der? Hier kann man jetzt nur ans Essen denken. Schokoriegel, wie banal. Und das angesichts solcher Berge in solch glasklarer Luft. Majestätisch. Einfach majestätisch. Hier auf meinem heiligen Berg wird kein Fastfood gemampft. Hä? Sieh nur dort unten. Die kleinen Häuser und Autos. Ja, und noch kleiner, die Menschen. Ja. Zwerge. Zwerge. Gnome. Ach, was sag ich. Ameisen. Ja, wahrhafte Insekten. Kleinlinge sollte man sie nennen, die da unten. Ach, und da. Guck mal, guck mal. Da die Kirche. Hörste? Jetzt läuten sie die Glocken. Kirchenglocken. Ja, ja. Sie träumen sich hinauf in den Himmel, diese Kleinlinge. Wir träumen uns nicht in den Himmel. Wir bleiben auf der Erde, aber ganz, ganz oben. Ja, oben. Wir erobern sie aus eigener Kraft, eigenem Willen. Ja, mit der Macht der Tätigen. Lass die Kleinlinge ihre Glocken läuten. Wir, wir reden mit den Bergen. Mit Bergen reden? Ja, du dort. Wer nach links und du, Großer? Ja, so. Was ist bloß los mit ihnen? Und jetzt, du, einen tiefen Ton. Und du in die Quinte. Ihr Bäume, Staccato. Und nun, ihr zwei, in die Dissonanz. Du, sag mal. Und jetzt, ihr wollten, Trescendo. Ja, ja. Hallo? Hallo, Gerhard. Du, ist ganz schlechter Handyempfang. Verstehst du mich? Also, ich mach mir Sorgen um den Friedrich hier. Wir sind da oben auf 4000 Meter Höhe. Und ihr redet seltsam. Und ihr dirigiert die Berge. Jawohl. Formt euch. Heiligt euch. Was? Ich kann nicht ganz viel verstehen. War Höhenrausch? Ja, Rausch. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich heute von dir gehört habe, mein Freund. Ja, ja, ja. Keine Angst, keine Angst. Ich bleib bei ihm, bis es vorbei ist. Aber nun alle zusammen. Ja, das große Finale. Na, wenn das mal gut geht.